Hallo und willkommen zum großen Unboxing von meiner neuen Kamera. Ich habe mir eine Kamera gegönnt, weil mir die Webcam ein bisschen auf den Sack geht und weil ich mal wieder ein bisschen kreativer sein will und weil ich das Ganze auch ursprünglich mal gelernt habe als Grafikdesigner. Deswegen habe ich eine Canon bestellt und ich dachte mir, warum nicht ein bisschen ausprobieren und auch hier gleich das Unboxing aufnehmen. Nicht wundern, warum ich hier nach links gucke, da steht der Laptop, das ist eine Megalva-Lösung. Oben am Mikrofon hängt auch das Handy und nimmt das Ganze Unboxing auf, weil es die bessere Kamera hat. Ich hoffe, das hält und ich würde sagen, legen wir direkt los. Ich habe schon ein Messer geholt. Dann natürlich das Paket. Habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ich hoffe, es ist alles in einem Stück. Das wäre natürlich nicht so gut. Dann schauen wir mal. Es ist nicht nur die Kamera, es sind auch gleich ein paar nützliche Gadgets wie Speicherkarte, Kartenleser, ein Mikrofon und so weiter. Alles, was man eben so braucht. Vorsichtig. So, ich gehe davon aus, dass es dürfte es mit dem Messer gewesen sein. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie rum richtig rum ist. Das sehen wir dann. Ich muss es auch daran denken, das Video umzudrehen, weil auf dem Laptop die Preview, das ist komplett auf dem Kopf, weil das wegen dem Kabel nicht länger geht. So, natürlich aufpassen, dass ich den Facecam nicht verdecke. Da sieht man es schon. Eine Canon EOS 200D. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich werde nochmal hier hin. Ich packe erstmal alles aus. Dann ein Rode-Videomikrofon. Ein bisschen Packpapier. Hier haben wir die Speicherkarte. Ich zeige das alles nochmal genau. Ich werde auch verlinken, was ich gekauft habe. Eine Lens-Hood, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das der Sonnenschutz oder der UV-Filter ist. Der Kartenleser. Ah, das wird der UV-Filter sein. Und ein Griff-Stativ. Da lassen wir die Folie aber auch in Kratten. Weil dann kann der nämlich weg. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Main Event an. Und machen den kleinen Kram danach. Dann packen wir das komplett auf die Seite. So, dann ist das hier im Fokus. Das hier finde ich schon mal nicht so gut. Warum das hier schon offen ist im Paket. Aber das kann durch Transport sein oder durch faule Verpackung. Keine Ahnung. So, wo ist hier oben, damit die nicht rausfällt? So. Das ist nur das Handbuch. Hier. Alles nur Handbuch. Mehr Handbücher. Alles weg. Brauchen wir erstmal alles nicht. So, dann kommen wir hier schon in die Vollen. Das ist das Ladegerät für den Akku. Auch nicht so wichtig. Der Umhängegurt. Das müsste die... Nicht die Linse, sondern das Objektiv sein. Das ist hier die Kamera. Der Akku. Und ein Daten-Schräg-Streck-Ladekabel. War das alles? Ja. Okay. Dann fangen wir mit der Kamera an. Natürlich. Die ist aber niedlich. Hier ist sie. Ganz so Dank. Hier ist eine Abdeckung drauf. Das war nämlich meine Befürchtung, dass da gleich Schmutz reinkommt. Ja, sie wirkt. Man sieht das gar nicht. Ich sollte vielleicht die Kartons auf die Seite schieben können. Dann kommen wir hier gleich rein. Da ist auch eine Abdeckung drauf. Dass ich das zeigen kann. So viele Folien, das ist gut. Da habe ich definitiv nichts dagegen, wenn da viele Folien oben rum sind. Und es ist eine Abdeckung drauf. Das ist perfekt. Aber bei einer Canon erwarte ich das auch. Dann packen wir das auf die Seite. Akku. Kleinkram. Kamera. Man sieht meine Hände. Und die Kamera. Die ist nicht sehr groß. Ich kann bei der auch das Display hier aufklappen. Das war ein Wunsch von mir. Gerade wenn ich filmen möchte. Ich weiß noch nicht, was da alles dabei rumkommen wird. Aber es schadet auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, dann montieren wir gleich mal das. Objektiv. Das ist ein EFS 18-55 mm. Ich habe es lange nicht gebraucht. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau, was das bewirkt. Was ist das? Okay. Das wieder drauf. Erstmal. Was ist da auf? Ja. Machen wir den Akku noch rein. Nachdem wir ihn ausgepackt haben. Akku, mehr Folie und Krempel, wo muss er rein, so rum, ich hoffe da ist ein bisschen Saft drauf, weil dann kann ich gleich eine Testeaufnahme machen, so rum oder nicht, so und dann schalten wir sie ein, wo ist der Power Button, das soll mit Auslösung sein, vor allem sollte ich vielleicht das Display ausklappen, dann drehen wir ihn mal um, so, man merkt, ich hatte lange keine Kamera in der Hand und natürlich ist es auch bei jeder Kamera anders, wo ist der Power Button, on, on, und dann kommt die Zeiteinstellung, das ist eine gute Folge, wir haben heute den 23. und sie macht natürlich Geräusche, kann ich sagen, ne, das ist jetzt ein bisschen, sehr gut, oder muss ich da vielleicht, ah, alles klar, ich bin einfach nur doof, so, 23. Uhrzeit ist exakt 18 Uhr, das ist ja der Wahnsinn, kann man da durch scrollen, ah, perfekt, Berlin, ich hoffe, nein, das ist natürlich nicht, alphabetisch geordnet, gibt es hier London, sieht man das, wahrscheinlich nicht, wow, Paris müssen, ah doch, hier ist London drin, stimmt aber nicht, dann nehmen wir Paris, so, ok, 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 no card in the camera, ah, natürlich, hehe, der Akku ist ziemlich schwach, das heißt, ich werde den wahrscheinlich erst mal laden müssen, später, ich glaube, sie ist gerade wieder ausgegangen, machst du nochmal aus, legst du mal kurz auf die Seite, Kleinkam auch auf die Seite, das legen wir mal aus dem Bild raus, ist im Endeffekt sowieso nur ein, äh, das hier ist ein Stromkabel, und das ist der Umhängegurt, der Umhängegurt ist sowieso nur wichtig, wenn man draußen ist, so, jetzt kommt nämlich die Speicherkarte, kann man nur aufreißen, ich habe mir eine Sundisk 256 GB große Xtreme Pro gekauft, und gut, dass ich die, dass ich die Bewaffnung noch nicht weg habe, und das macht es dann ein bisschen einfacher, die Karte noch raus natürlich, die Megalva-Lösung hier ist auch nur, weil ich, äh, die beiden Videos unabhängig voneinander aufnehmen will, und, äh, der Ton geht über den PC mit, über die Facecam, beziehungsweise über das Mikrofon und die Facecam, und auf dem Laptop, den sieht man hier im Bild, das ist der Laptop, der steht schon auf der äußersten Kante, wenn ich ihn noch weiter raus stelle, fällt er von alleine auf den Tisch, ähm, darüber wird die Handykamera oben aufgenommen. So, Kartenslot war, glaub ich, auf der Seite, ne, da ist Mikrofon und andere Dinge, die, ah, die Karte ist immer noch runden, okay, das hat sich auch nicht geändert, kommt neben den Akku, hier rum, so, angeblich, gesperrt ist sie auch nicht, so, okay, hat kurz rot geblinkt, ist jetzt die Frage, ob er die Kartengröße unterstützt, das weiß ich nicht, so, dann gehen wir mal in den Videomodus, und nehmen den Deckel ab, okay, also man sieht auf jeden Fall schon was, ich werde mal, äh, das Ganze jetzt an den Strom anschließen, also ich mach jetzt hier einen Cut, und werde dann vermutlich das Rest hier Unboxing, beziehungsweise, ne, das geht nicht, machen wir nochmal aus, Sensor Cleaning, okay, eine Selbstcleaner, Stabilizer is on, 18, das ist der Zoom, hier ist der Zoom, ähm, ich werde das Ganze dann später in den Strom anschließen, allerdings brauche ich dazu noch ein Gadget, um halt die Kamera zu wechseln, um zu schauen, wie die Aufnahme dann von ihr ist, das packen wir wieder aus dem Bild, das ist der alte Karton, ähm, ne, das ist das Falsche, ich suchte eigentlich, oh, es sind sogar zwei Gadgets, weil ich möchte noch was anderes testen, aber ich fange aber mit dem Offensichtlichen an, das ist ein, sieht man das, das spiegelt so alt, im Endeffekt ein, äh, Griff, gepaart mit einem Stativ, das kann ich dir gleich mal zeigen, in der Trockenvariante, wenn ich den Outfit verpacken bekomme, packen wir das da rein, auf die Seite, so, im Endeffekt, so, hat man ein Stativ, kann man das gleich runter machen, das gewedelt brauchen wir nicht, so, so haben wir ein Stativ, und, äh, so haben wir einen wunderbaren Griff für unterwegs, hier sind so Noppen dran, schauen wir mal, das kann man eigentlich gleich ran machen, ist auch exakt das passende Gewinde, da ist auch eine, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, da ist auch eine Wasserlage mit drin, so, und ist definitiv schon mal nicht gerade, das ist ein Kuhgelenk, ja, wunderbar, also Stativ auch da, und jetzt kommt das andere Gadget, was mir relativ wichtig war, Entschuldigung, die Duft ist ein bisschen trocken, das andere Gadget, das Rode Video Mikrofon, weil, wenn ich schon eine Kamera habe, oh gut, dass das Messer noch da ist, wenn ich schon eine Kamera habe, möchte ich natürlich auch, wenn ich Videos mache, guten Sound haben, die meisten Kameramikrofone sind da natürlich nicht weit vorne, also die Standardmikrofone, die eingebaut sind, sind da nicht so weit vorne, vom Handy ist es gar nicht mal so schlecht, habe ich festgestellt, bei einer Testaufnahme, ich habe einen OnePlus 6, und ich war auch ganz überrascht, dass das Handy 4K mit 60 Frames aufnehmen kann, habe ich jetzt hier in der Aufnahme nicht drin, sondern einfach klassisches 1080p Full HD, das kann man auf die Seite stellen, das ist die Verpackung, das ist nicht so viel, das ist einfach nur die Halterung, das Mikrofon versteckt sich hier drunter, und dieses buschige Teil für Außenaufnahmen, wenn es sehr windig ist, für Windschutz, das krummige Salz, was kein Mensch braucht, das irgendwie rausholen, den tun wir mal hier hinstellen, das ist eigentlich das komplette Mikrofon, und das Kabel natürlich, das ist die Halterung für den Blitzschuh, ich hoffe, ich kann gleich zeigen, wie man es montiert, ich hoffe, ich kann das aus der Hüfte direkt montieren, das stimmt, ich hoffe, das ist kein Scheiß, das ist das Kabel, hat zwei gleiche Anschlüsse, warum ist das locker, die Halterung gebe ich immer zuerst an, dafür brauchen wir die Kamera, so, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ganz einfach, wir schrauben das hier hoch, weil es zum Schrauben ist, und dann wird das hier einfach reingeschoben, und wieder zugeschraubt, damit es fest ist, und nicht runterfällt, für den Blitzschuh, würde ich sagen, dann das Mikro rein, aber das ist ein bisschen frickelig, so, hier seitlich ist ein Anschluss für Mike, jetzt sieht das schon aus, als wäre ich einer von diesen komischen Vloggern, das ist allerdings nicht der Plan, sondern das ist eher so für Specials, oder wenn ich mal in den Urlaub habe, dass ich schöne Fotos machen kann, oder vielleicht auch ein, zwei Videos, und auch vielleicht werde ich das Ganze auch als Facecam benutzen. So, jetzt schauen wir hier mal, okay, ich würde jetzt mal, okay, das Stativ ist natürlich jetzt ein bisschen niedrig, und ich habe jetzt auch nicht wirklich Platz, deswegen würde ich das auf die Speicherkarte aufnehmen, und später dann mal reinschneiden, wenn es getaugt hat, wenn es komplett scheiße war, wenn ich es natürlich nicht benutze, allerdings muss ich hier dann erstmal einen Cut machen, um das Ganze anzuschließen, damit die Kamera genug Saft hat, bis gleich. So, wie es sich herausgestellt hat, bin ich ein Trottel, wie so oft, denn die Kamera hat hier keinen direkten Stromanschluss, sondern das ist das Stromkabel für das Akkuladegerät, das habe ich mir hier gerade schön fürs Gesicht gehalten, das heißt, ich kann da jetzt noch gar keine Aufnahme machen, wie ich wollte, und ganz kurz kontrollieren, Okay, ein USB-Kabel ist hier nicht dabei, im Lieferumfang, und ein kleines HDMI-Kabel auch nicht, das ist aber jetzt nicht so tragisch, denke ich. Zumindest nicht für die Aufnahme, das sind aber dann Dinge, die ich mir noch besorgen sollte. Okay, dann haben wir hier, machen wir einfach mal weiter, weil bringt ja nichts jetzt zu warten, bis der Akku voll ist. So, hier ist nochmal eine Tüte, guck mal auf die Seite, jetzt haben wir hier noch den Kartenleser, den Sonnenschutz und einen UV-Filter übrig, wenn ich das richtig schnell lerne. Der Kartenleser ist, glaube ich, brauchen wir noch mal das Messer, aber ich glaube, der Kartenleser ist relativ uninteressant, das ist einfach nur ein handlicher SD-Kartenleser, mir ging es nämlich darum, gerade wenn ich unterwegs bin, irgendwann mal, ich bin ja normalerweise eher so ein Stubenhocker gewesen, aber ich möchte auch mal wieder rauskommen, deswegen auch Kamera, da habe ich Wert drauf gelegt, dass er einfach nur klein ist, handlich, den werde ich dann später natürlich auch gleich testen können und er hat USB-C, das heißt, da muss ich immer den Laptop benutzen oder mir einen Adapter holen, denn am PC habe ich keinen USB-C, da ist das Mainboard zu alt, aber das ist nicht so schlimm, ich habe ja den Laptop und es gibt ja auch Adapter. So, nächster Punkt, ich lege das Zeug jetzt einfach mal hier so random durch die Gegend, dann haben wir hier, das würde ich sagen, ist der Sonnenschutz bzw. das ist einfach nur hier. Oh, das wirkt ein bisschen groß, das könnte, ja, das ist der falsche, sehr gut, nicht schlimm, er passt nicht, er ist zu groß, das ist jetzt aber nicht schlimm, denn ich werde die Kamera natürlich verhalten und werde wahrscheinlich auch weitere Objektive mir irgendwann mal kaufen und irgendwo wird er dann schon drauf passen. Das war jetzt auch keiner der teuren Adapter. So, und das hier, das sieht erstmal aus wie ein schwarzer Ring, das ist ein UV-Filter. Da ist jetzt die Frage, wird er ungern mehr? Das ist ein Glas. Und damit kann man dann wohl UV-Strahlen rausfiltern. Das brauche ich jetzt hier für den Innenraum nicht, deswegen mache ich das jetzt gleich wieder zu, damit das nicht so einstaubt und dreckig wird, weil man kennt das ja vom Flugschmutz. Das ist dann eher interessant für Außenaufnahmen, werde ich natürlich auch mal probieren. Da jetzt aber 18 Uhr ist, ist jetzt die Sonne schon relativ weit weg und muss auch noch zur Arbeit heute. Ich bin ja einer der arbeitenden Gesellschaft, deswegen werde ich dazu heute nicht kommen. Ähm, ja, habe ich was vergessen? Ich kontrolliere gerade noch, weil das war der Kartenleser. Lass mich hier rein tun, ich sammle jetzt erstmal wieder alles hier. So, Kartenleser, Mikrofon, Griff, Karte, Kamera. Ne, da haben wir alles, das ist sehr gut. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, bzw. nein sage ich nicht, hoffentlich. Wenn alles funktioniert hat, dann mache ich noch eine Handheld-Aufnahme mit der Kamera. Und verabschiede mich dann da, ansonsten sage ich hier schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gern auch ein Abo und freut euch hoffentlich auf viele coole weitere Projekte, die nicht unbedingt nur mit Gaming zu tun haben. Und nein, es wird kein Vlog, zumindest ist es nicht der Plan und schon gar nicht regelmäßig, weil das ist nicht mein Stil. Okay, bis hierhin sage ich schon mal macht's gut, ansonsten sehen wir uns gleich nochmal in wunderbarer Qualität und nicht in dieser körnigen Webcam Qualität. Ciao. Und da bin ich wieder jetzt in der Handheld-Variante, um das ganze Megaiver Setup zu zeigen, wie ich das ganze Unboxing aufgenommen habe. Und vor allem auch, um zu sehen, wie die Kamera so ist. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und ja, also man hört es wahrscheinlich schon richtig krass. Das ist der Laptop neben mir. Wobei bei dem Mikro nicht, das dürfte ein Richtmikrofon sein. Beim anderen Mikrofon oben drüber kann es sein, dass man es gehört hat. So, schauen wir mal. Hier ist dann der Laptop. Direkt auf der Tischkante. Ich versuche das mal zu zeigen. Dann hat man auch den Platz der Katze gesehen. Und das Handy, das Megaiver von oben. Mit dem Mikrofon halter. Deswegen, ich bin ganz froh, dass das jetzt funktioniert hat, dass es nicht runtergefallen ist. Das glüht jetzt wahrscheinlich schon, weil ich habe vorhin gesehen, das glüht immer ziemlich. So, ich stelle das mal gerade hier ab. Ich versuche das mal mit dem Stativ. Das müssen wir jetzt erstmal einstellen. Damit man mich natürlich auch sieht. Und ich muss das nicht die ganze Zeit festhalten. Ja, das war es mit dem Unboxing. Ich muss mir noch abgewöhnen, immer auf den Monitor zu schauen. Das ist so, hm, Kontrollmonitor. Ja, somit hat es funktioniert. Der Akku hat ein bisschen Saft bekommen. Und damit sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Gerne auch ein Abo. Freut euch hoffentlich auf geile Projekte in der Zukunft. Ich verrate noch nichts, weil ich nicht weiß, ob alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.